Wie weit kommen wir mit einem BMW 530D eigentlich wirklich? Beziehungsweise wie viel verbraucht er tatsächlich? Wir sind hier gerade beim MAI-Festival in München und das letzte Mal haben wir das Video ja hier mit dem Audi RS e-tron GT gedreht und es steht jetzt ein Agenturdrehtag in Berlin an und da wir den Audi jetzt gleich wieder wegbringen, brauchen wir einen Ersatzwagen und dieses schöne Gefährt, ein BMW 530D, bringt uns jetzt nach Berlin und ich würde sagen, mit dem probieren wir es genauso aus Wie weit kommen wir wirklich? Aber du fährst jetzt erstmal Audi nach Ingolstadt, ich fahre BMW nach Ingolstadt und dann schauen wir mal, wer weiterfährt, das heißt ab ins Auto Ich würde sagen, wir steigen deshalb jetzt einfach mal hier in den Wagen ein So sieht er hier von innen aus, ist 1134 Kilometer Schauen wir mal, dass wir das hier alles nullen Ich mache das Auto erstmal an So und dann haben wir jetzt hier Fahrinfo Fahrdaten Und dann machen wir jetzt hier mal Werte Individual zurücksetzen Und jetzt haben wir alles genullt Und dann wollen wir mal schauen, wie weit wir kommen Wir legen den Gang ein Und dann Let's go Wir sitzen im Auto und inzwischen gab es tatsächlich sogar einen Fahrerwechsel Wir haben den RSE-Tron GT in Ingolstadt abgegeben Und befinden uns gerade auf der Fahrt nach Berlin Insgesamt sind es noch 450 Kilometer, die vor uns liegen Und wir gehen jetzt mal individual und sehen unseren Verbrauch Durchschnittlich 8,1 Liter Und sind bislang gefahren knapp 2 Stunden 153 Kilometer Haben noch 776 Kilometer Restreichweite Wie sind sie gefahren? Geschmeidig Ja BMW-like, würde ich mal sagen So auf jeden Fall der Zwischenstand gerade Also durchschnittlich 8,1 Liter Es geht aber auch unter 5, ganz entspannt, wenn man entspannt fährt Und entspannt tatsächlich ist jetzt unabhängig von der Geschwindigkeit Und wir fahren jetzt hier 160, 170 Kilometer mit dem Format rein Dann nimmt er sich so, ich würde mal sagen, 6 Liter Da ist es jetzt bergauf, das ist jetzt gerade gut Und hier ist es bergauf Aber ich glaube so 6 Liter, das ist nur eigentlich keine Nachtgänge Und da habe ich sehr entspannt Okay, das heißt München, Berlin sollte auf jeden Fall theoretisch ohne Zwischenstopp gemacht werden Aber ich kann ja jetzt schon sagen, aus anderen Gründen werden wir einfach müssen Wir melden uns wieder inzwischen kurz vor Berlin Und wir gehen hier mal direkt rein in die Statistik 536,7 Kilometer Sind wir gefahren mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 7,3 Liter Der Junge weiß, wie man sparsam und spaßig fährt Das war schon wieder total schlecht, aber der bleibt so drin Restliche Reichweite haben wir noch von 330 Kilometern Wenn mich nicht alles täuscht, sind wir angefangen mit 1136 Heißt, 800 Kilometer haben wir verfahren Bei 537 Kilometer, die wir tatsächlich gefahren sind Das heißt, von spaßam und spaßig war spaßig der größere Faktor Ein bisschen haben wir aber noch und 7,3 Liter ist der aktuelle Verbrauch Wir sind angekommen in Berlin Zumindest ist das jetzt hier Zwischenstopp Nummer 1 Hier wird nämlich morgen gedreht Und lasst uns mal ein kurzes Fazit ziehen Beziehungsweise ein kurzes Zwischenfazit Wir sind gefahren bislang 605,3 Kilometer Und haben verbraucht 7,1 Liter im Durchschnitt pro 100 Kilometer Bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 105,8 kmh Und ich würde sagen, das ist eine ordentliche Geschwindigkeit Wir steigen am besten mal eben aus Um zu zeigen, wie viel wir tatsächlich auch dabei haben Denn das Auto ist klassischerweise für dieses Format Mal wieder vollgepackt bis unter das Dach Also ab mal fix zum Kofferraum Geht der automatisch rauf Ja, so, 35G by the way Ich habe das Auto von außen noch kurz gesehen Also es ist hier wieder einiges dabei Wir haben Stative mit Wir haben hier einen fetten Trolley Der voll ist mit Stativen Mit allem Genöse, was man für so einen Videodreh braucht Und unser ganzes Gepäck Also das Auto ist gut gefüllt Und jetzt gucken wir mal eben hier den Schlüssel für die Drehlocation Und wir setzen dieses Video morgen fort Wenn wir das Auto wieder vollparken Beziehungsweise für uns ist es tatsächlich übermorgen Macht's gut Dann morgen Zwei intensive Produktionstage mit meiner Agentur Social Attention liegen hinter uns Die Sonne scheint Die sind schon im Auto Denn es geht jetzt weiter Der BMW ist schon bereit Um die Fahrt nach Hause vorzubereiten Du hattest es eben so gut parat Wie viele Kilometer haben wir zu fahren? 465 465 Kilometer müssen wir fahren Wir haben aber nur noch eine Restreichweite von 245 Kilometern Okay, wir parken tatsächlich mal eben kurz aus Dann schauen wir, wie viel wir aktuell im Durchschnitt verbraucht haben Wir sind nämlich heute Morgen und gestern schön hier so ein bisschen auch Innenstadtverkehr durch Berlin gefahren Also nach 637,3 Kilometern haben wir einen durchschnittlichen Verbrauch von 7,2 Liter pro 100 Kilometer Was jetzt aber für uns ansteht ist tanken Und dann ab auf die Autobahn nach Hause Ich stand hier ganz schön lange nicht mehr an der Tankstelle und habe so viel getankt Weil die letzten Wochen war ja Elektro und Davor Benziner Aber für 1,52 habe ich auch schon ganz schön lange nicht mehr getankt Das Problem ist, da passt ordentlich was rein Aktuell sind wir bei 45 Liter, aber ich glaube 60, 70 kann es schon sein Fahrerwechsel Kinderposition ist da Kinderposition ist da So, ich nehme mir Platz genug So, jetzt wird man entspannt weitergecruist Zeig mal, dass du hier GTIs platt machen kannst Was ist GTI? Ja, okay, weder was haben wir Was sind denn denn für Felgen? Was sind denn in Felgen dran? Hä? Hallo! Ja, und damit stehen jetzt die letzten... Wie viele Kilometer haben wir denn noch? Gar nichts mehr, wir sind fast da Und der wollte ich den Pinkel gegen die letzte halbe Stunde Jetzt verlieren wir nur Zeit wegen dir Ja, weint es immer an Das kann ich jetzt schon sagen Wir fahren jetzt ganz entspannt Wir müssen zurück Ich muss mich jetzt outahlen Ich habe gerade überhaupt gar keine Orientierung Also, wir machen mal einen kurzen Zwischenstand Wo wir stehen Menü Unser italienischer Formel-1-Rennfahrer Jano Trulli Wer ist der letzte Formel-1-Weltmeister aus Italien gewesen? Keine Ahnung Askari Kann ich nicht Kann ich nicht Ist schon lange her anscheinend Ist schon sehr sehr lange her Ist wirklich richtig lange her Ich habe es doch einfach gerade dazwischen durchgegoogelt Ich kenne es auch nicht Und dann kam Vettel, ne? Nein, dann kam 2008 kam erst mal Hamilton Ach so Hä? 2009 kam Jenson Button 2,10 Vettel 2,11 Vettel 2,12 Vettel 2,13 Vettel So spät? 2,14 Hamilton 2,15 Hamilton 2,16 Rosberg 17 Hamilton 18 Hamilton 19 Hamilton 20 Hamilton 20 Hamilton Da müssen wir jetzt bei seinen 7 sein 21 Ferster Und 22 Ferster Ja, ich darf ein bisschen die Wasser sagen Also Wir sind gefahren 960 Kilometer Und haben einen durchschnittlichen Verbrauch von 7,4 Liter pro 100 Kilometer Aktuell 4,7 Und das würde ich mal sagen Ist so für die Langstrecke tatsächlich auch ein realistischer Wert Mag ich so an dieser Stelle schon mal verwecknehmen Ich fahre gerade einfach blind Ohne Navigation Irgendwo in der Weltgeschichte rum Aber wie gesagt Wir hatten halt unseren Jano Trulli Unsern Manuel Fangio aus Italien Das ist bald mal in Argentinien Unsern Giancarlo Fisichella Unsern Antonio Giovinazzi Das stimmt gar nicht Also kurz muss ich mich verteidigen Ich muss mich kurz verteidigen An dieser Stelle Es war durchgehend 100 Da bin ich auch 100 gefahren Wo er mal frei war So für 100 Meter Bin ich dann halt mal kurz 100 Meter 200 gefahren Und das war's Wir fahren jetzt mal die letzten Ich glaube 230, 40 Kilometer Das sind die letzten 100 Kilometer 150 Ist leicht Noch nicht ganz am Ende Aber wir müssen uns jetzt Von einer Person verabschieden In dem Sinne Ja Wir sehen uns nächste Woche Dann schaut es sich an Was er da hinten für ein Auto hat So Jetzt bin ich aber wirklich zuhause angekommen Es waren ja insgesamt Jetzt auch mit dem Trip Mit dem RS e-tron GT die war Köln, München, München, Berlin und dann in die Heimat. Das waren echt einige Kilometer. Ich würde sogar fast sagen so 1700 Kilometer jetzt in den letzten vier Tagen. Also ordentlich Strecke gemacht. Und gerade sitze ich hier noch im BMW 35 D. Und ja, wir wollen mal schauen, was der Wagen jetzt so verbraucht hat. Nach 1139,8 Kilometern, die wir gefahren sind seit dem Mai-Festival in München. Und ich drehe jetzt mal die Kamera. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich habe das Licht hier angemacht. Werte ab individuell. Wir sind, wie gesagt, 1139,8 Kilometer gefahren. Ich gehe mal hier ein bisschen näher dran. Und haben dafür gebraucht 12 Stunden, 3 Minuten und 55 Sekunden. Sehr lange, die wir hier im Auto gesessen haben. Im Durchschnitt 97,8 kmh gefahren. Das ist verdammt schnell. Gio hat alles gegeben. Ich bin den entspannteren Part gefahren. Und haben jetzt einen durchschnittlichen Verbrauch von 7,3 Liter Diesel pro 100 Kilometer. In Anbetracht der Fahrweise, die teilweise wirklich einfach fix war, finde ich das einen akzeptablen Wert. Ich hätte gerne eine 6 vorne gehabt. Ich kann euch aber sagen, dass wenn wir normal gefahren werden und mit normal meine ich beispielsweise jetzt auch so Tempomat 150, 155, dann wäre auf jeden Fall auch eine 6 vorne gewesen. Diese 6,9, 6,8 ist, glaube ich, realistisch. Und damit kommt man ordentlich weit. Ich steige jetzt mal aus, dass wir uns das Auto nochmal ganz kurz einmal von außen anschauen, dass ihr auch nochmal seht, wie voll der eigentlich packt war. So sieht er aus. Sehr cool hier mit dem Laserlicht. Ich mache hier mal so ein bisschen dunkler, dass ihr das so ein bisschen besser sehen könnt. Schön hier mit diesem blauen. Jetzt geht das Licht aus. Sehr cool. Genau, so sieht das Auto aus. Ich mache mal wieder ein bisschen heller. So, jetzt seht ihr das Auto. Also in Grau hier mit den schwarzen Felgen. Und ich zeige euch nochmal, wie voll das Auto wirklich gepackt war. Also Rückbank gut voll. Und natürlich auch hier, hier sehen wir nochmal, 530D X-Drive, also Allrad. Und, ich glaube, wir sind sogar auf Winterreifen gefahren. Ne, sind Sommerreifen. Ja, sind tatsächlich Sommerreifen hier drauf an. Jetzt fahren wir nochmal schnell in den Kofferraum rein. Und, dass ihr auch da seht, auch der gut gefüllt mit dem ganzen Kamera-Equipment, was wir eben für die Drehtage brauchen. Also, das kommt natürlich jetzt alles raus. Der Wagen geht jetzt wieder zurück. Das war tatsächlich mal einfach ein Mietwagen, den wir brauchten, um jetzt zu überbrücken. Im Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.